Hallo meine Süßen und herzlich Willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video von mir. Heute sitze ich mich wieder im Urzustand, dabei bin ich hier schon stundenlang auf, aber besser wird es nicht. Einen Nagel habe ich mir auch abgebrochen. Ja und ich bin heute in meinem Nähzimmer und habe hier auf meinem Handy die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt und noch ein paar zusätzliche, wenn ich sie nicht vergesse. Und die werden wir jetzt nacheinander durchgehen, weil ich habe euch ja gesagt, es wird heute ein Q&A und es ist Montag und bei uns ist Feiertag, weil es ist der 1. Mai, sprich Tag der Arbeit und keiner hackelt. Also bis auf Gastgewerbe und Gehelden des Alltags, ja also Pfleger, Ärzte und Feuerwehrleute. Ja, kümmern sich erst. Ja, wir fangen an vier Videos zurück, weil alle Videos zurück ist ein bisschen anstrengend und ich glaube die Fragen habe ich auch schon beantwortet. Sollte ich sie nicht beantwortet habe, schreibt es mir auch da bitte unten in die Kommentare rein, was ich vergessen habe zu beantworten. Ähm, die Frage war, was für einen Durchmesser hat euer Pool vom Helmut? Ein Mann. Ja, 4,50 Meter. Ähm, und der Saugroboter ist vom Sconz. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, den Sconz, also, aber den hat es jetzt bei uns gerade auch beim Aldi gegeben und ja, der war vom Sconz und der hat kostet 250 Euro. Ähm, wie alt mein Sohn ist, ist die Frage von der Crazy Mom, achso nein, die hat Martina geantwortet. Weil ich habe in irgendeinem Video, habe ich euch gesagt, ja, wenn ihr ein harmonisches Familienleben habt, ja, dann komme ich vorbei und trinke Kaffee. Und die Martina Käfer hat gesagt, ja, sie hat ein total harmonisches Familienleben. Ihr Sohn ist total lieb, macht alles, räumt sich immer selbstständig auf, arbeitet jetzt ganz brav für die Schulen, das ganze Haus und der ganze Garten ist immer tipptopp. Wann soll der Kaffee fertig sein und möchtest du auch einen Kuchen dazu? Ja, ich hätte gerne einen Kuchen dazu. Vorzugsweise Erdbeer. Ähm, ja, aber ich glaube, das entspricht nicht ganz der Wahrheit, was mir die Martina da gesagt hat, ja. Ähm, und wahrscheinlich wohnt sie auch in Deutschland, also kann ich nicht auf die, auf die Schnelle mal vorbeikommen. Und da hat die Grace eben gefragt, wie alt ihr Sohn ist. Mein Sohn ist übrigens, äh, 23. Ähm, ja, dann die nächste Frage war, sind eigentlich eh keine großartigen Fragen, also keiner von euch wollte irgendwelche intimen Details wissen, ja, also bin da eh gut weggekommen, ja. Ähm, die Olga Schmidt hat gefragt, wo ich das Graue Kastel im Bad her habe. Das ist natürlich von Ikea. Wie alles in meinem Haus von Ikea ist, oder fast alles, äh, in meinem Haus von Ikea ist. Und, äh, die Saffer Nesse Sida Saffer? Ja, auch immer, du wirst schon wissen, wer gemeint ist. Ja, ähm, meine Oberteile, die meistens, die ich anhabe, die so ein bisschen ausgestellt sind, die habe ich alle selbst genäht. Und diese Schnittnuss habe ich mir auch selbst, äh, zusammengeschustert, also, ja. Und diese Sachen darf ich auch nicht verkaufen, weil ich keine, äh, Damen- oder Herrenkleidermacherin bin. Ähm, Ähm, die, kann ich da wieder den Namen nicht lesen? Karin? Die Karin hat mir beim, ähm, das dürfte das Nähvideo gewesen sein, da wo ich das Gestreifte leider lang gehabt habe, hat mich gefragt, wegen meiner Nähmaschine, weil ich habe die Yuki DX5, und, ähm, meine Erfahrungen darüber, ja, also das ist, ähm, die Nähmaschine ist relativ teuer gewesen, die hat eben 1200 oder 1300 Euro gekostet, und das schon im Angebot. Und da gibt es auch noch die DX7, die halt 200 Euro mehr gekostet, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der großartige Unterschied war, außer, dass ich noch mehr Zierstiche hatte, die ich aber überhaupt nicht brauche. Und ich bin mit der DX5, also mein Mann hätte mir die Sima auch gekauft, die wir dort waren, aber ich habe dann gesagt, na, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin mit der DX5 sehr zufrieden, gerade jetzt, wo ich meine Taschen nähe, und das teilweise wirklich viel Stoff ist, ja, und die schafft das eigentlich ohne Probleme. Natürlich muss man mal ein bisschen nachschieben, weil es der Transporteur dann nicht so checkt, aber ich bin mit der DX5 sehr zufrieden, ja, sie hat halt auch, sie läuft halt recht ruhig, das Stichbild ist schöner, außer beim Canvas ist das ein bisschen unregelmäßig, aber okay, da muss ich wahrscheinlich noch an den Einstellungen drehen, aber ich würde sagen, die Sache ist ihr Geld wert, weil ich hatte ja vorher den billigen Sima, ja, und das war ein Chaos, ja, also diese Unterfadenprobleme, die ich da dauernd gehabt habe, ja. Wenn du die Kohle hast, Katrin, dann kauf dir eine DX, ob es jetzt die 5 oder die Sima ist, dann würde ich mich dann vor Ort nochmal genau beraten lassen, was der Unterschied zur Sima nochmal genau ist und ob das für dich in Frage kommt. So, die nächste Frage. Ja, ich verschicke meine Taschen oder meine Werke natürlich auch nach Deutschland, aber der Versand nach Deutschland kostet 9,90 Euro und es wird auch nicht billiger, selbst wenn ich es mit Hermes schicke, würde er 9,80 Euro kosten, ja, also wenn die 10 Cent scheiße ich da jetzt nicht herum, weil ich bin mit dem Service von Hermes eigentlich nicht sehr zufrieden, oder Hermes, Hermes, ja, ist ja der griechische Gott halt. Ja, mit dem bin ich nicht sofrieden und ich schicke sie dann nur mit der Post und es kostet 9,90, ja, für ein kleines Bagger, das große kostet dann glaube ich 13 Euro, ja. Ja, nur damit sie das auch mal wisst, ja. Wie groß ist meine Matte in der Küche? Also die Matte in der Küche, wie groß ist die, 1,20 mal 60 ist die, ne, also da seht ihr mal wieder, was für eine kleine Küche einfach. Ja, ich waschte in der Maschine mit 60 Grad, also zwischen 40 und 60 Grad und hause dann auch in trockenen, damit auch wirklich alle Hundehaare rausgehen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil einmal hat sie sich verkeilt und mein Trockner war im Arsch. Ja, also das, ja, vielleicht sollte man es dann doch draus hängen. Also wenn man keine Tiere hat, braucht man sie ja dann auch nicht unbedingt trocknen. Das ist eine CWS-Matte, die habe ich noch von den Zeiten meines Mannes, wie der mal dort war. Ja, und ja, manchmal denke ich mir eh, warum die überhaupt dort liegt, ja, aber, ja. So, dann kann ich den Namen wieder nicht lesen. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, hey, habt ihr wirklich eine vielleicht blöde Frage? Du wäschst und bügelst ja eigentlich gerne und kennst dich bestimmt aus. Wie trennst du deine Wäsche? Klar, nach Farben, aber das macht ja jeder irgendwie anders. Würde mich interessieren. Ja, nein, ich trenne sie eigentlich auch nur nach Farben. Ja, also ich wasche auch alles zusammen, ob es jetzt Unterhosen sind oder, also, Gschiertücher. Also die ganzen Gschiertücher und die Putzfetzen wasche ich extra. Und ansonsten wasche ich eigentlich alles zusammen, ja. Ob es jetzt BHs sind oder Socken sind oder T-Shirts sind. Ja, ich wasche eigentlich alles zusammen. Und trenne es halt auch ein bisschen penibler, sage ich jetzt einmal. Ja, also weiß, grau, blau, grün. Ja, also bei mir wird das alles ziemlich, ziemlich getrennt. Und ja, mit grau und blau wasche ich manchmal auch zusammen. Und schwarz kommt auch extra, weil das hat so diese Schwarzwaschmittel, ja. Und das, da habe ich einmal ein weißes Leiber dazugegeben. Ja, das war Kaku der Idee. Ja, aber ich wasche das, ähm, ich trenne das relativ penibel, ja. Küche putzen zum hundertsten Mal von der Christine. Jo, ist halt so, ja. Ihr putzt euch eine Kugel wahrscheinlich auch jeden Tag. Ähm, die Fliesen, ähm, die JB, die Jenny. Wie oft ich die Fliesen bei der Wanne mache und die Wanne auswische. Ja, so alle zwei, drei Tage mache ich das. Je nachdem, manchmal auch nur einmal in der Woche. Je nachdem, wenn die Kinder nicht da sind, ja. Dann ist es auch nicht so dreckig, ja. Weil da geht sich ja dann auch nicht so viele Leute duschen. Und dann ist auch nicht so viel Kalkablagerungen auf den schwarzen Fliesen. Weil wir haben ein ziemlich kalkhaltiges Wasser hier in Gerasdorf. Ja, und das sollte man dann schon hin und wieder machen. Aber so alle drei Tage kommt gut hin. Den hast du gut erraten, Jenny. Und, ja. Gut. Ich frage, was ist das für ein Schwamm in der Küche? Du meinst diesen nierenförmigen? Den habe ich damals beim Primark gekauft. Das waren zwei Stück zu 2,50. Ja, ich finde den eigentlich ganz super. Und den habe ich beim Primark damals gekauft, ja. Die XX Butterfly 91 XX. Meine Güte, er macht doch einen ordentlichen Namen, damit man das besser lesen kann. Meine Geschirrtücher und meine Putzfetzen sind eigentlich alle von Tapperware. Also die, was ich beim Badezimmer verwendet. Der orangene ist von Tapperware. Der blaue ist vom WLS. Meine Geschirrtücher in der Küche sind eigentlich alle von Tapperware. Und diese Mikrofasertücher sind von Tapperware. Ja, und auch die Billigen dabei. Ja, weil, ja, zum Drüberwischen ist mir das eigentlich wurscht. Die Maggie. Frage. Sind deine Hunde eigentlich immer da, wo du auch bist, auch wenn du arbeitest? Oder liegen die auch mal alleine irgendwo? Oder bei deinem Mann oder den Kindern? Ja, meine Hunde, wenn ich so herumwusle im Haus, sind sie immer dort, wo ich bin. Und wenn ich arbeite, da arbeite ich vorne im Nadelzimmer und da liegen die Hunde hinten im Schlafzimmer. Im Bett. Wo sonst. Und wenn ich hier oben bin, so wie jetzt, ist der Polo da. Aber der Zwetschge ist unten und spürt gerade Hausmeister, weil die Gattentüre offen ist. Aber sie sind schon meistens dort, wo ich bin, weil ich bin die Hand, die sie füttert. Und da sind sie halt auch immer dort, wo ich bin. Und der Kater ist eigentlich, auch wenn er denn zu Hause ist, der Schlampenbär, weil der ist ja nur am Zirger, ist er eigentlich auch meistens bei mir. Also seit neuestem, wenn ich hier oben bin, nähen, liegt er dann auch entweder bei der Couch oder da vom Fenster. Oder am Zuschneidetisch, am Stoff drauf. Also muss ich immer schauen, dass wenn ich was nähe, dass ich dann keine Viecherhaare drauf habe, weil das, glaube ich, kommt nicht so gut. Und manchmal liegen sie dann auch bei meinem Mann, wenn der dann daheim ist. Bei den Kindern sind die nie. Also die Hunde sind nie bei den Kindern. Und die Katze sind eigentlich auch nie bei den Kindern. Zweite Frage. Was macht eigentlich eine Ausbildung? Wüsstest du nicht bald fertig sein? Möchtest du dir dann einen Job in dem Bereich suchen oder das Nägel machen dafür aufgeben? Nein. Also ich bin mit meiner Ausbildung fertig. Ich müsste, ich hätte im April meine Diplomarbeit schreiben sollen. Da ist mir dann Corona dazwischen gekommen, Gott sei Dank. Also ich habe nur einen Teil meiner Diplomarbeit geschrieben, die ersten 20 Seiten. Fehlen nur mehr 50. Und jetzt habe ich einen Termin für Oktober. Ja, es ist jetzt schon Mai. Also morgen ist, nein, ja. Was ist denn heute? Nein, es ist 1. Juni. Was habe ich vorher gesagt? Es ist 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ich bin auch auf einem Volltraut. Es ist 1. Juni. Wieso ist denn heute frei? Ab Pfingsten ist heute, genau. Ich sage es euch, ich bin total vorbei. Ja, es ist ja mittlerweile Juni, Juli, August, September, Oktober. Also ich habe jetzt noch vier Monate Zeit, diese Arbeit zu schreiben. Wahrscheinlich schreibe ich sie am 15. September. Ja, und nein, ich möchte dann in dem Bereich nicht arbeiten. Also ich möchte meinen Nageljob nicht aufgeben. Und ich werde auch mein Hobby nicht aufgeben, das nehmen. Und ja, meine Diplomarbeit handelt von der Patchwork Family. Tja, wie sollte es denn sonst sein? Ja, also Probleme und wie man diese in der Beratung lösen kann. Also die zehn häufigsten Probleme von der Patchwork Family und und und. Ja, ich habe die Ausbildung gemacht, hat mir 1200 Euro, 12.000 Euro gekostet. Ja, was soll ich sagen? Ich habe sie. Lassen wir das. Ja, dann werde ich dann natürlich auch privat gehen. Ja, mein Hauptjob ist, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist Nägel machen. Ich bin Nageldamte, also Nageldesignerin. Das ist mein Hauptjob. Das mache ich aber nur am Vormittag. Ich sage es eh immer wieder dazu, dass ich einen Teilzeitjob habe. Ja, ich arbeite von 6 in der Früh bis 14 Uhr am Nachmittag. Am Abend. Am Nachmittag, ja. Das ist mein Hauptjob. Das erledige ich dann eben auch, wenn die Kinder in der Schule sind und mein Mann in der Arbeit ist. Somit habe ich da auch Ruhe beim Arbeiten. Ja, weil ich kann das eh nicht leiden, wenn ich arbeiten muss und tausend Leute rennen da durch die Gegend. Das geht gar nicht, weil ich mein Studium ja zu Hause habe. Prost. Ach ja, ich habe das probiert mit der Lidl Eigenmark Energy Drink. Jo, na, geht nicht. Ja, ich trinke sehr viel Red Bull am Tag. Das werden auch ein paar Fragen immer, wie viel Red Bull ich trinke. Ich trinke momentan eigentlich nur zwei. Ist ja gar nicht. Also ich hatte schon spitzen Zeiten, da habe ich 6 am Tag getrunken. Da habe ich 11 Stunden am Tag gearbeitet, 60 Stunden die Woche. Ja, also da habe ich dann 6 am Tag getrunken, jetzt trinke ich nur mehr 2 und 2 Kaffee. Oder manchmal 3, je nachdem, ob Besuch kommt oder nicht. Was noch? Ja, ich habe mir das Nähen selbst beigebracht. Ich habe das nicht gelernt. Wir haben auch mal in der Schule was nähen müssen, aber da habe ich mich erfolgreich davor gedrückt. Ich bin sehr autodidaktisch, was das Lernen angeht. Also ich habe mir das Nähen machen auch selbst beigebracht. Das darfst ja gar nicht laut sagen. Ich habe mich selbstständig gemacht, ohne je einen Kurs damit zu machen. Ich habe mich extra rügisch gemacht für euch. Aber zwar, damals vor 15 Jahren war das noch nicht ganz so happig. Und meine Shirts, die ich nähe, sind großteils Eigenbau. Weil selbstständig mein Schnittmuster runterladen, durch das immer auch alles verändern. Das mache ich auch bei den Taschen oder bei den ganzen Sachen schon allein wegen den, wie heißt das, Lizenzen. Weil Lizenz musst du nur zahlen, wenn du das 1 zu 1 machst. Und das mache ich ja nie. Wenn sonst irgendwelche Fragen, müsste da vorher eine eingefallen, die ich oft gefragt werde. Aber ich habe es vergessen. Aber ich schaue noch mal nach auf Instagram. Weil da kommen ja auch oft Fragen. Gucken wir mal. Ah, die Engel Gabi. Auch eine meiner treuesten Followerinnen, die Engel. Egel, nicht Engel. Die heißt Egel Gabi. Ich sage immer Engel. Sie ist halt ein kleiner Engel. So, nein, da habe ich eigentlich auch nicht so wirklich die Fragen. Also ich finde jetzt gar keine. Ja, wie viel haben wir? Wir haben eine Viertelstunde. Ja, das reicht, glaube ich, eh. Viertelstunde gequatsche. Und vor allem Viertelstunde nur mich zu sehen, ist wahrscheinlich eh langweilig genug. Am Donnerstag kommt wieder ein Clean With Me Video. Das übliche. Und am Montag drauf. Am Montag werde ich abwechseln zwischen Nähvideos, Haul. Dann eines wird eben diese Fragenbeantwortungsgeschichte. Schauen wir mal. Ich weiß das ja eh schon. Ihr folgt mir jetzt alle. Also viele folgen mir ja schon sehr lange. Und ihr wisst, dass ich da eh relativ sprunghaft bin und nicht sehr beständig, was meinen Algorithmus angeht. Aber ich habe halt auch nicht immer Lust, das Gleiche zu machen. Und deswegen schaue ich halt, dass ich am Montag die Videos ein bisschen variiere. Die Donnerstags Clean With Me Videos werden gleich. Und am Montag werden wir halt dann entweder nähen oder einkaufen gehen oder quatschen. Oder, keine Ahnung, irgendein neues Projekt machen. Und mein Garten ist schon fast fertig. Also beim nächsten, also am Donnerstag, wenn es denn schön ist, muss ich ja die Gartenroutine auch ein bisschen mitmachen. Und da werde ich dann sehen, wie schön mein Garten ist. Es sind nämlich die kleinen Steinchen mittlerweile gekommen. Und jetzt schaut, da hat das Ganze schon ein bisschen an Gesicht. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber das wird es wahrscheinlich nie werden. Jo, ich glaube, das war es für heute, meine Süßen. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Wenn nicht, schreibt es mir aus. Ihr könnt mir die Fragen nach wie vor gerne unten in die Infobox reinschreiben. Ich werde sie dann nächstes Monat beantworten. Am ersten Montag des Monats wird die Q&A-Geschichte sein. Und wir sehen uns dann am Donnerstag beim Clean With Me Videos. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, abonniert mich doch bitte. Und folgt mir auf Instagram. Ich blende euch das da oder da ein. Ich weiß nicht, das ist immer seitenverkehrt. Ich bin zu blöd. Entweder da oder theoretisch müsste es da sein. Aber es könnte auch da sein. Mein Instagram-Name. Und da wusste ich momentan recht viel von meinen Nähwerken natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin, haltet sie euch steif. Und ja, bis dann. Bussi, baba. Bis dann. Vielen Dank.